Hey, ich bin Finn von Bitcoin einfach erklärt und heute möchte ich auf das vermutlich wichtigste Thema eingehen, das ich auf diesem Kanal behandeln werde. Oder sagen wir mal lieber das zweitwichtigste Thema. Und zwar geht es um die zweitgrößte Kryptowährung und zwar um Ethereum. Dieses Thema liegt mir sehr am Herzen und deswegen bitte ich euch wirklich dieses Video auch bis zum Ende anzugucken. Ihr werdet garantiert einige Sachen hören, die ihr noch nie gehört habt und die euch Ethereum definitiv in einem anderen Nicht erscheinen lassen. Hier muss ich kurz einmal einen großen Shoutout an Trader University senden. Von dem sind nämlich ein Großteil der Infos, die ich hier vortrage. Und gleichzeitig basiert mein Video halt eben auf meinem letzten Video zu Ethereum und Proof of Stake. Wer das noch nicht gesehen hat, dem kann ich das unbedingt empfehlen. Sonst wird das vielleicht ein bisschen schwer teilweise hier zu folgen. Ich werde versuchen, das Ganze hier auch so kompakt darzustellen, dass man dieses Video nicht gesehen haben muss. Aber wer sich dafür näher interessiert, ja auf jeden Fall, ich kann euch nur empfehlen, dieses Video vorher anzugucken, weil dann versteht ihr diese Problematik vielleicht noch besser und schneller. Und zwar geht es halt heute um das dunkle Geheimnis oder die dunklen Geheimnisse von Ethereum. Jetzt werden sich wahrscheinlich viele denken, es klingt ein bisschen clickbaity, aber ihr werdet sehen, so clickbaity ist das gar nicht. Und erstmal vorweg, es wird klar unterschieden zwischen Bitcoin und Ethereum, beziehungsweise anderen Kryptowährungen. Gary Genster, der Chef der Security Exchange Commission, also der US-Börsenaufsicht, der sagt immer wieder, dass Bitcoin eine Commodity ist und er möchte deswegen, das wird anscheinend auch demnächst passieren, wird Bitcoin von der Rohstoffbehörde in Amerika gehandhabt. Weil es halt nun mal die einzige Kryptowährung ist oder Blockchain ist, die wirklich dezentral ist. Es gibt keinen Ansprechpartner, kein Unternehmen dahinter, deswegen wird Bitcoin wie ein Rohstoff gehandhabt. Und dieser Gary Gensler, der Chef der US-Börsenaufsicht, der ist ein ziemlicher Experte, was Kryptowährungen und Geld angeht. Und er ist halt eben der Meinung, dass alle anderen Kryptowährungen, ja, wie Aktien quasi gehandhabt werden sollen oder wie Unternehmen gehandhabt werden sollen, weil nun mal dahinter, ja, Unternehmen oder Einzelpersonen mit mehr Macht stecken. Und, ja, da gibt es halt eben diesen Howey-Test, der besagt, dieser Howey-Test ist quasi ein Test, den man nicht bestehen möchte, weil wenn man diesen Howey-Test besteht, heißt das, dass man ein Wertpapier ist und kein Rohstoff. Und wie gesagt, dieser Howey-Test trifft eigentlich nur auf Bitcoin nicht zu. Alle anderen Kryptowährungen bestehen diesen Howey-Test und sind Wertpapiere. Ja, Ethereum besteht diesen Howey-Test und ist deshalb ein Wertpapier. Ja, die Begründung dafür ist, Ethereum hatte einen Pre-Mine. Wir können hier sehen, Ethereum wurde damals zu 15 oder 20 Prozent, gab es einen Pre-Mine. Das heißt, dass damals, bevor Ethereum an die Öffentlichkeit gegangen ist, haben Vitalik Buterin und Joe Lubin und weitere Freunde von denen, die quasi, ja, Ethereum gegründet haben und erfunden haben, die haben halt eben einen Pre-Mine gestartet und haben sich selber einen großen Teil der Coins gesichert und sind danach erst, nachdem sie sich schon bereichert hatten und selbst Geld gedruckt hatten, sind sie an die Öffentlichkeit gegangen und haben dann erst, dann konnte man erst Ethereum wirklich handeln und andere Leute konnten Mining betreiben. Also die Erfinder von Ethereum, Vitalik Buterin, Joe Lubin und weitere, haben sich halt eben diesen Vorteil zunutze gemacht und sich selbst halt bereichert. Und Vitalik Buterin sagt auch selber, dass er regelmäßig einen Teil seiner IFA gegen Dollar verkauft. Das heißt, er bereichert sich einfach mit diesem Geld, das er damals gedruckt hat. Und jetzt ist halt eben vor kurzem ein Interview aufgetaucht, das von 2014 ist und natürlich kurze Zeit, nachdem Ethereum quasi erschaffen wurde, in dem Vitalik selbst erzählt und zugibt, dass er damals, ja, eine Million Dollar in Ethereum quasi zur Seite gelegt hat, um halt eben, ja, mögliche Rechtsschwierigkeiten, die auf ihn zukommen könnten, um die halt eben bezahlen zu können. Und das bedeutet halt eben, dass Ethereum diesen Howey-Test besteht, ja. Das heißt, Ethereum ist, so wie alle anderen Kryptowährungen auch, ein zentrales Projekt und kein Rohstoff. Das Ding ist jetzt, Ethereum ist wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt, wo das Video hochgeladen wird, ist Ethereum schon von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake gewechselt. Ja, ich nehme das Video quasi heute am Tag dieses Merges auf. Ich bin mal gespannt, was dann passieren wird. Warum das quasi alles ein Desaster wird, warum Proof-of-Stake ein so schlechter Konsensalgorithmus ist und keine Alternative zu Proof-of-Work, das erkläre ich, wie gesagt, in diesem Video. Also es ist halt jetzt essentiell quasi, das hier zu verstehen, warum das so ist. Denn es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen Proof-of-Work und Proof-of-Stake. Das Ding ist, bei Proof-of-Work hat die Person mehr Macht, die halt eben Rechenleistung hat. Also, das heißt, umso mehr Rechenleistung ich besitze, desto mehr Macht habe ich über dieses Netzwerk. Bei Proof-of-Stake ist es so, dass ich, da gibt es kein Proof-of-Work, es gibt kein Mining. Das heißt, dass die Person am meisten Macht hat, die die meisten Coins besitzt. Ja, umso mehr Coins ich besitze, desto mehr Macht über das Proof-of-Stake-Netzwerk habe ich. Und dieser gravierende Unterschied zwischen Proof-of-Work und Proof-of-Stake ist, dass, ja, bei Proof-of-Work muss ich immer in der realen Welt konkurrieren und es ist quasi unmöglich, dass eine Partei auf alle Ewigkeit 51% der Rechenleistung stellt. Ja, es kann immer passieren, dass irgendwas, ich muss immer die neueste Hardware haben, ich muss Angestellte haben, ich muss günstigen Strom haben und ich muss immer mit allen anderen Leuten auf der Welt konkurrieren. Das heißt, ich kann immer Fehler machen und dann verliere ich die Rechenleistung meiner Macht im Netzwerk. Das ist, die Gefahr besteht immer. Und diese Gefahr besteht bei Proof-of-Stake eben nicht. Ja, habe ich einmal 51% der Coins, dann habe ich die, dann zwingt mich nichts in diesem System, die jemals wieder aufzugeben. Dann habe ich die Kontrolle über dieses Netzwerk und kann zum Beispiel Transaktionen zensieren. Und das ist ganz, ganz gravierend. Ja, das heißt, bei Proof-of-Work ist das halt eben nicht der Fall. Da kann das nicht passieren, weil wenn ich da mal, wenn eine Partei bei Proof-of-Work mal 51% der Rechenleistung bekommen sollte, kann diese Partei auch Transaktionen und so zensieren. Der Unterschied ist aber, dass ich meine Macht wieder verlieren kann. Und dann läuft alles wie vorher weiter. Und dieser Zeitpunkt wird bei Proof-of-Stake nicht eintreten. Und wie ich dann auch schon in diesem Video, wie gesagt, erwähnt habe, kann man bei Proof-of-Stake relativ leicht verschleiern, dass man 51% der Rechenleistung besitzt oder der Coins besitzt, nicht der Rechenleistung. Und ja, das Ding ist jetzt, Vitalik, Buterin, Joe Lubin und halt weitere Entitäten haben eine große Macht auf Ethereum, weil sie halt so viele Coins besitzen. Und wenn Ethereum jetzt auf Proof-of-Stake läuft, haben sie halt nun mal viel Macht. Und jetzt stellt natürlich die Frage, wie viel Macht haben sie denn? Wie viele Coins besitzen Vitalik und Joe Lubin eigentlich? Ja, hier gibt es halt eben einen netten Ausschnitt von 2014, wo Joe Lubin Wahlen, also Wale sind Investoren, zum Beispiel Leute, die auch große Mengen an Ethereum zum Beispiel halten oder an anderen Kryptowährungen, das nennt man Wale, weil die quasi so große Mengen haben und so wichtig sind für dieses Ökosystem. Und hier gibt es einen kurzen Ausschnitt, wo Joe Lubin diesen Wahlen, diesen Großinvestoren erzählt, wie sie riesige Käufe und auch riesiges Ethereum-Vermögen, einfach verstecken können. Und da Joe Lubin anscheinend Erfahrung denn hat, große IFA-Käufe und große IFA-Vermögen zu verstecken oder zu verschleiern, das heißt, wir können gar nicht wissen, wie viele IFA Joe Lubin und Vitalik Buterin eigentlich besitzen. Das ist einfach sehr intransparent. Und das Ding ist halt, mit dem Geld, das Joe Lubin und Vitalik Buterin damals aus diesem Ethereum-Pre-Mine gemacht haben, ist Joe Lubin hingegangen und hat eine Firma gegründet, und zwar ConsenSys. Und ConsenSys ist essentiell für den Betrieb der Ethereum-Blockchain. ConsenSys ist nämlich, ja, denen gehört einmal die Firma Metamask, das ist eine Ethereum-Hot-Wallet, die kennt ihr wahrscheinlich. Quasi jeder, der IFA nutzt, der nutzt auch diese Wallet, würde ich behaupten. Können wir auch sehen, eine ConsenSys-Formation steht hier. Das ist halt eben Metamask. Das ist quasi die typische Wallet, die die meisten Leute, die IFA nutzen, auch nutzen. Und zwar besitzt ConsenSys noch eine weitere Tochterfirma, und das ist Infura. Infura betreibt halt eben Ethereum-Nodes, also Proof-of-Stake-Nodes, beziehungsweise Staking-Nodes. Was das Problem dabei ist, darauf gehe ich jetzt gleich ein, aber vorweg noch kurz. 2020 ist einmal, ja, Infura, beziehungsweise die Infura-Nodes sind ausgefallen. Das bedeutet, dass damals, 2020, konnte man für einen gewissen Zeitraum seine IFA nicht von den Handelsplattformen, von den Kryptohandelsplattformen abziehen. Ja, das ist natürlich die Frage, klingt das dezentral für euch, wenn so eine Partei, ein Unternehmen ausfällt, und das direkt solche gravierenden Fehler für das ganze Ökosystem von diesem, ach so, dezentralen Ethereum verursacht. Und, ja, jetzt ist natürlich die Sache, eine Ethereum-Node muss jeder Mensch betreiben. Weil, wer seine IFA nicht staked, also bei Staking geht man hin, man hat ja kein Mining bei Proof-of-Stake, das heißt, man muss seine Coins, die schließt man quasi ein, man hat für einen bestimmten Zeitraum keinen Zugang zu seinen Coins, und bekommt dafür, dass man quasi seinen Zugang zu diesen Coins für einen gewissen Zeitraum aufgibt, bekommt man, bekommt man, ja, einen gewissen, einen gewissen Zins auf seine gestakten Coins. Ja, man kriegt immer weiter Zinsen und Zinseszinsen, die immer dicker werden. Und, ja, deswegen werden die Reichen quasi immer reicher und die Armen immer ärmer. Weil, wer sich kein Ethereum-Staking selber leisten kann, der muss halt eben, der ist auf solche Anbieter wie Infura angewiesen. Und das Problem dabei ist, man muss halt nicht nur reich sein, sondern auch noch technisch versiert. Also, die allerwesenen Leute sind überhaupt in der Lage, eine eigene Ethereum-Node zu betreiben. Man muss zum Beispiel 32 IFA besitzen, um überhaupt selber Staking betreiben zu können. Mindestens 32 IFA. Und das sind momentan ungefähr über 50.000 Euro, die man einfach so rumliegen haben muss zum Staken, plus Hardware-Kosten, und darüber hinaus ist eine Ethereum-Node zu betreiben unfassbar kompliziert. Das ist nicht vergleichbar mit einer Bitcoin-Node. Und, ja, wer eben kein Staking betreibt, der wird immer ärmer, weil man ja quasi eine gewisse Inflation hat. Weil die Leute, die Staking betreiben, bekommen ja immer mehr Zinsen auf ihr Geld und ich nicht. Das heißt, ich kann mir am Ende des Tages immer weniger leisten als die Leute, die Zinsen auf ihre, also als die Leute, die staken. Und das große Problem dabei ist halt, dass man, dass ärmere Leute oder nicht so technisch versierte Leute, die müssen halt nun mal Node-Betreiber wie Infura nutzen, damit die überhaupt ihre Zinsen bekommen. Das heißt, sie sind komplett abhängig von großen Unternehmen. Und das heißt, dass dann irgendwann später wenige Node-Betreiber, also wenige Staking-Anbieter, wie Coinbase, Infura, Kraken, Gemini oder Amazon, dass die quasi einfach hingehen und für dich die Nodes betreiben. Und das heißt, die haben die komplette Kontrolle über diese Node. Und auf der Ethereum-Blockchain sieht das dann immer so aus, als wären es 10.000 oder 100.000 oder Millionen von verschiedenen Ethernodes, die alle dezentrale Entscheidungen treffen, obwohl die alle nur bei wenigen Node-Betreibern in deren Lagerhallen stehen. Und das ist ja totaler Schwachsinn. Also diese Node-Betreiber haben einen extremen Einfluss darauf, auf dieses Netzwerk und verschleiern das einfach. Weil man kann das ja nicht nachgucken auf der Ethereum-Blockchain. Das heißt, diese Node-Betreiber haben eine enorme Macht über dieses Netzwerk. Klingt das für euch dezentral? Für die Ethereum-Foundation klingt das anscheinend dezentral. Man wirbt ja immer mit dezentralen Finanzwesen und DeFi und irgendwelchen dezentralen Finanzprodukten, die die Welt verändern werden. Aber ja, ich würde behaupten, die Definition von Dezentralität haben die Leute der Ethereum-Foundation und Joe Lubin und Vitalik Buterin haben das anscheinend etwas umdefiniert, würde ich behaupten. Das heißt, diese Node-Betreiber haben eine enorme Macht über Ether. Und daraus ergeben sich jetzt gewisse Probleme. Denn ConsenSys, also der Firma von Joe Lubin, gehört wie gesagt Metamask, diese Wallet, und Infura, also der Node-Betreiber. Und das Ding ist, Metamask verbindet sich automatisch immer mit Infura-Nodes. Das heißt, diese beiden Firmen sind verknüpft. Und was das bedeutet ist, weil Ethereum halt so zentralisiert ist, können Transaktionen einfach blockiert werden. Das heißt, man kann in manchen Ländern nicht auf Metamask zugreifen. Weil die Regierung dort sagt, nein, ihr müsst das dort zensieren. Und dann wird das halt getan. Was das für eine Doppelmoral ist. Man geht hin, zensiert bestimmte Länder, zensiert bestimmte Personengruppen. Man kann ja alles Mögliche zensieren. Und gleichzeitig geht man hin und sagt, man hat hier dezentrales Finanzwesen und bietet eine globale, offene Alternative zum aktuellen Finanzsystem. Ganz so global ist es nicht, würde ich behaupten, wenn man bestimmte Länder einfach ausschließen kann aus diesem System, oder? Hm, weiß ich auch nicht. Ja, und das Ding ist halt, dass auch weitere Ethereum-Staking-Anbieter wie Coinbase, Gemini, Kraken und so weiter, die stehen auch vor einem großen Dilemma. Denn wenn man eine Regierung anordnet, wie, sagen wir, die US-Regierung geht hin und sagt, ihr dürft keine, ihr müsst jetzt Ethereum-Transaktionen zensieren. Ja, was macht dann ein Coinbase? Ja, Coinbase hat dann zwei Möglichkeiten. Entweder man bricht den Handel ab und gibt die Coins zurück. Hm, oder man zensiert die Transaktionen in diesem, ach so, globalen, offenen DeFi-Gedöns. Ähm, tja, das Ding ist, Coinbase ist eigentlich, ähm, nicht so eine tolle Firma, würde ich jetzt mal behaupten. Meine eigene Meinung, ja. Ähm, denn Coinbase hat schon damals in den Block-Size-Wars, äh, klar gegen Dezentralität gekämpft und sich auf die Seite der, äh, großen, äh, großen Unternehmen gestellt, ja. Ähm, ähm, dazu kann ich nochmal ein separates Video machen, aber, ähm, ja, Coinbase erhofft sich halt eben von dem Ethereum-Staking ein lukratives Geschäft. Ähm, zumindest sagt das JP Morgan, dazu kommen wir gleich auch noch. Ähm, ja, jetzt könnt ihr euch halt die Frage stellen, welche Entscheidung wird Coinbase wohl treffen? Ähm, lasse ich jetzt mal offen. Und zwar kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Und zwar sind das CBDCs, also Central Bank Digital Currencies. Ah, also, ähm, ja, Zentralbank, digitale Zentralbankwährung, wie den digitalen Euro, den digitalen Dollar und so weiter und so fort. Und jeder, der sich schon mal mit digitalen Zentralbankwährungen beschäftigt hat, der weiß, dass das eine absolute Dystopie ist. Also, ähm, man kann damit, äh, ein Staat kann alle deine Überweisungen und dein Vermögen jederzeit einsehen, auch für alle Ewigkeit. Das heißt, du bist komplett transparent. Ähm, das bedeutet, dass du zum Beispiel heute irgendwas tust, was legal ist, ja. Und, ähm, in 50 Jahren oder in 100 Jahren, ja, dann deine ganzen Einkäufe, was du getan hast damals, ist alles festgehalten auf dieser, ähm, ja, in dieser Datenbank. Und, äh, jetzt kommt zum Beispiel irgendein Diktator oder irgendeine schlimme Person an die Macht. Und die hat all diese Daten zur Verfügung. Die kann wissen, was du getan hast. Die kann dich ausschließen aufgrund von Hautfarbe. Die kann dich ausschließen aufgrund deiner Religion. Die kann, äh, dich ausschließen, weil du damals irgendwas getan hast, was heute verpönt ist. Ähm, wie gesagt, du kannst im Nachhinein belangt werden. Theoretisch können auch deine Kinder belangt werden, wenn du schon längst tot bist. Und, äh, ja, du kannst halt beliebige Transaktionen sperren, zensieren, wenn du, äh, dich nicht perfekt verhältst, wenn du, wenn irgendwas passiert. Du kannst per Knopfdruck einfach enteignet werden und vieles mehr. Ja, CBDCs sind absolut schrecklich und, äh, ja, äh, es hat halt einen Grund, warum Menschenrechtsaktivisten wie, äh, Alex Gladstein, das ist der Chief Strategy Officer von der Human Rights Foundation, der ist halt auch ein großer Bitcoiner, hat auch ein gutes Buch zu Bitcoin geschrieben. Und, ähm, ja, der, natürlich setzt sich halt eben auch klar gegen CBDCs ein, äh, genauso wie jeder klar denkende Mensch, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, denn, ja, wie gesagt, ein totalitärer Staat, der wird, äh, ja, der geht total steil auf sowas, ja, weil du hast ja die volle Kontrolle über die gläsernen Bürger. Und genau deswegen ist, äh, China halt führend im Bereich von digitalen Zentralbankwährungen, also den digitalen Yuan. Und, ähm, ja, das Ding ist jetzt, Joe Lubin, der ja so viel Macht über Ethereum hat, ist ein großer Fan von digitalen Zentralbankwährungen. Wer hätte es gedacht? Ähm, hier gibt es ein tolles Paper von ConsenSys und, äh, hier hat Joe Lubin selbst unterschrieben, äh, wie toll auch CBDCs sind und was das für eine tolle Möglichkeit gibt für die Welt und, äh, was welche Möglichkeiten Staaten denn dadurch haben, ähm, ja, okay, kann man jetzt damit mit der Info anfangen, was man möchte. Und das wäre jetzt nicht alle schon interessant genug, ähm, hat JP Morgan, diese tolle, sympathische Großbank, ähm, die hat, naja, große Anteile, hält die an Ethereum und an ConsenSys. Ähm, und nicht nur das, JP Morgan war sogar noch bei der Entwicklung von Ethereum beteiligt. Das hat Joe Lubin selbst bestätigt, ja, hier, ähm, er sagt, dass sie quasi schon von Anfang an der Entwicklung von, äh, Ethereum, schon beim Proof of Concept hat JP Morgan mitgewirkt an Ethereum, ja. Ähm, aber was ich halt in meinem letzten Video hier schon erwähnt hatte und worauf ich auch jetzt wieder eingehen werde, ähm, ja, durch den Wechsel von Proof of Stake, haben halt, wie gesagt, diese mächtigen Entitäten, ja, also JP Morgan, Joe Lubin, Vitalik Buterin und alle möglichen, die noch dabei sind, ähm, von denen wir gar nicht wissen, wer dabei ist, ist auch wichtig, ja, wie gesagt, Joe Lubin hat uns ja Tipps gegeben, wie wir große Transaktionen, große Käufe und große Vermögen verschleiern können. Und, ähm, ja, das Ding ist jetzt, Ethereum funktioniert genau wie unser Geldsystem, mit, hat ähnliche Machtstrukturen und wer halt eben viel Geld hat, der besitzt die Kontrolle über Ethereum. Und, ähm, ja, die Frage ist jetzt, äh, wie viele Entitäten, wie viele wenige Entitäten gibt es jetzt, die auf 51% der IFA kommen und damit die Kontrolle über IFA haben könnten? Ähm, reichen Joe Lubin, Vitalik Buterin und, äh, JP Morgan vielleicht aus? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall ist das große Problem, dass, äh, wie gesagt, in deinem Ethereum-System, wenn du einmal einen Großteil der Coins hast, dann zwingt dich nichts, es gibt kein Mechanismus, der dich zwingt, deine, deine, deine Macht wieder abzugeben. Das ist dieser, ähm, manche sagen, es ist ein Fehler von Proof of Stake. Man könnte jetzt auch ein bisschen, äh, dreister sein und sagen, es wäre bewusst so gemacht, ja, damit halt bestimmte Entitäten sich die Macht über dieses Netzwerk sichern können im Laufe der Zeit. Ja, wie gesagt, man kriegt immer mehr Zinsen, äh, und nicht zwingt dich, deine Coins abzugeben. Wer viele Coins staked, bekommt dementsprechend auch immer mehr nominal immer mehr Zinsen. Und, ähm, ja, Bitcoin kann halt eben nicht langfristig kontrolliert werden. Man zwingt Bitcoin, dass wir die digitale Welt mit der physischen Welt, mit Hilfe des Minings, verknüpfen. Und, äh, ja, das löst, wie gesagt, dieses Oracle-Problem. Und, äh, ja, du kannst halt, bei Bitcoin kannst du nicht langfristig das Netzwerk kontrollieren, weil du halt immer mit allen Minern auf der Welt konkurrieren musst. Wie gesagt, es kann, es kann meinetwegen auch eine Umweltkatastrophe passieren, die deine Mining-Geräte kaputt macht. Was ganz komplett absurd ist. Aber all diese Faktoren, äh, spielen beim Mining eine Rolle. Bei Proof of Work, bei Bitcoin. Ja, und wie gesagt, allein diese Konkurrenz am Markt. Du musst immer günstigen Strom haben, günstige Hardware, gute Standorte, Angestellte haben, die richtig um, äh, um diese Standorte auch kümmern, ja. Du musst auch auf Brandschutz natürlich und sowas achten. Alles Mögliche. Es gibt ganz viele, äh, Faktoren, die deine Macht in deinem Proof of Work-System immer jederzeit schmälern können. Das heißt, Bitcoin ist dezentral. Und da Bitcoin dezentral und nicht kontrollierbar ist von wenigen Parteien, ähm, ähm, ja, ist Bitcoin einfach uninteressant für machttrünge Personen und für Personen, die die derzeitigen Machtstrukturen aufrechterhalten wollen. Die dieses Fiat-System quasi, äh, weiterhin ausnutzen wollen. Die diese, ja, diese Machtstellung einfach nicht abgeben wollen. Und, ähm, deswegen arbeitet die Ethereum Foundation auch mit dem World Economic Forum zusammen. Weil wir sehen hier, es sind ja einfach Leute von der Ethereum Foundation, die, ähm, in der, ja, Werbung für IFA machen im World Economic Forum. Und man sieht ja auch, diese Werbung scheint ja auch zu funktionieren. Denn die EU, die, äh, EZB, äh, und, ja, so ziemlich alle Zentralbanken sind der Meinung, dass das Ethereum ja eine viel bessere Alternative zu, ähm, zu Bitcoin ist, ja. Äh, das sagen nicht nur diese großen Player, sondern halt natürlich auch viele Leute, ja. Ich meine, ich zum Beispiel damals auch, ich bin auch damals zu, ähm, zu IFA damals gekommen. Ich habe auch damals IFA gehabt, weil ich mir dachte, hey, das ist ja eine viel bessere Kryptowährung als Bitcoin, kann ja viel mehr, ist ja viel umweltfreundlicher später, wenn es dann umsteigt auf Proof of Stake. Aber, ähm, ja, im Laufe der Jahre hat man halt eben dann, wenn man sich immer mehr damit beschäftigt, dann merkt man halt, okay, das ist kompletter Schwachsinn, das stimmt einfach nicht. Ähm, ja, und was man jetzt anmerken muss, ähm, dieses World Economic Forum, ähm, das ist auch ein Partner, das habe ich jetzt gerade nicht aufgerufen, das habe ich in meinem letzten Video erwähnt, ähm, das ist auch ein Partner von ConsenSys, ja, die arbeiten auch zusammen. Und, ähm, das heißt, Joe Lubin ist quasi auch hier, ähm, arbeitet halt quasi mehr oder weniger direkt mit dem World Economic Forum zusammen. Und zwar, ja, wie man sich das vielleicht jetzt auch denken kann, ist das World Economic Forum, genau wie Joe Lubin, auch ein Fan von CBDCs, ja, von digitalen Zentralbankwährungen. Und, äh, ja, deswegen versucht man halt eben einfach, ähm, ich sage jetzt mal Propaganda zu betreiben, indem man sagt, dass Ethereum ja eine grünere und bessere Alternative zu Bitcoin darstellt. Und das scheint ja bei vielen, also gerade wenn man sich nicht tief eingearbeitet hat in das, was Bitcoin ist, was Bitcoin kann, was das Lightning Network ist, warum Proof of Work alternativlos ist, das sind Sachen, da muss man sich hunderte oder vielleicht sogar tausende Stunden mit beschäftigen, je nachdem, welche, ähm, Informationsquellen man da hat. Und, äh, das ist halt das große Problem. Du musst dich viel damit beschäftigen. Und es ist sehr einfach zu sagen, dass Ethereum besser ist, weil es kein Mining mehr hat und dadurch 99,99% an Energie einspart. Dann kann man sagen, Ethereum ist doch viel grüner. Aber es ist nicht grüner, es ist auch nicht besser, weil es einfach keine Alternative zu Bitcoin darstellt, weil dieses Proof of Stake System, was halt kein Mining hat und dadurch so grüner ist, das ist einfach Schwachsinn, es macht keinen Sinn, es funktioniert nicht, es führt zu Zentralität und hat sogar noch weitere Probleme. Ähm, ja, nur Bitcoin ist das Oracle-Problem. Und das Ding ist halt, dass man wirklich nicht nur Ethereum als bessere Alternative darstellen will, sondern man betreibt auch Schmutzkampagnen gegen, äh, Bitcoin. Dieses World Economic Forum hat zum Beispiel, so wie viele andere Seiten natürlich auch, ähm, haben behauptet, dass Bitcoin bis 2020 den kompletten Strombedarf der Welt, äh, fressen wird. Und natürlich tut es das nicht, wir leben alle noch, wir haben alle noch Strom, ähm, das ist totaler Schwachsinn gewesen. Und diese Studie, auf die sich, äh, dieser Report hier beruht, dieser Bericht, die, äh, die war einfach faktisch falsch. Die Leute haben einfach diese, den Bitcoin-Stromverbrauch einfach hochgerechnet, was komplett, die, die Leute diese Studie veröffentlicht haben, haben sich einfach kaum mit Bitcoin beschäftigt gehabt. Ja, deswegen, äh, als das quasi dann, diese Studie rauskam, haben sich genug Leute beschwert und diese Wissenschaftler sind zurückgetreten, äh, haben diesen Artikel zurückgenommen und haben gesagt, okay, wir haben uns da verrechnet, ja, wir haben falsche Annahmen getroffen. Dieser Artikel ist ungültig. Und trotzdem ist, äh, dieser, dieser Bitcoin-Stromverbrauch-Mythos immer noch extrem, äh, relevant und weit verbreitet. Und das ist einfach, ähm, ja, ich würde sagen, zum Großteil ist er vielleicht nicht auf Propaganda zurückzuführen, sondern einfach auf Unwissenheit, wie gesagt. Weil man muss sich sehr viel damit beschäftigen, oder zumindest ist es, äh, sehr, sehr einfach, irgendwelche Falschbehauptungen zu Bitcoin in den Raum zu werfen, ähm, die zu entkräftigen. Das dauert halt viel, viel länger, als, äh, ja, diese Falschbehauptungen in den Raum zu werfen. Und, äh, ja, es heißt halt in diesem Krypto-Bereich ja immer, äh, we are in this together. Ja, wir sind alle zusammen. Der Krypto-Bereich hält zusammen. Und, ähm, ja, vor allem im Zuge halt dieser pleitegehenden, ähm, ähm, äh, ja, Krypto-Handelsplattformen und Verleihplattformen, wie, äh, ja, Voyager oder wie, äh, Celsius oder halt eben auch, äh, zum Beispiel Terra Luna. Das sind alles Sachen, ähm, nein, äh, da muss ich ganz klar sagen, wir sind nicht alle zusammen darin. Ähm, ähm, Bitcoin hat nichts mit Krypto zu tun. Bitcoin ist was komplett anderes. Krypto ist Schwachsinn. Krypto hat keinen Use Case. Zumindest 99,9% der Sachen, die als Krypto bezeichnet werden, haben keinen Use Case. Ähm, Blockchain gibt es seit 40 Jahren, man hat nie einen Nutzen dafür gefunden. Nur im speziellen Fall von Bitcoin, in der Kombination mit, äh, weiteren Technologien wie Proof of Work und dieser einzigartigen Entstehungsgeschichte von Bitcoin, die nicht wiederholt werden kann, die Bitcoin dezentral gemacht hat, nur in dieser speziellen Kombination hat Bitcoin quasi einen Anwendungsfall für Blockchain gefunden. Ähm, und das kann man nicht replizieren. Und, ähm, ja, alle anderen Krypto-Währungen sind irgendwelche zentralisierten, äh, Blockchains, die einfach keinen, eine zentralisierte Blockchain macht keinen Sinn. Du kannst einfach eine ganz normale Datenbank nutzen, ähm, und, ja, diese ganzen NFT-Sachen und sowas, das ist halt, NFT ist ja genau das, was Ethereum ausmacht, ja, womit die werben. Das ist decentralized fine, das ist alles tokenisieren. Und da bin ich auch schon in anderen Videos drauf eingegangen, kann ich oben rechts für euch verlinken. Ähm, das ist totaler Schwachsinn, das funktioniert nicht, es ist dämlich, es ist einfach nur, Leute wollen euch nur abzocken. Entweder, wenn jemand von Krypto erzählt, wie toll das sein soll, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Er möchte euch irgendwie abziehen, er möchte euer Geld haben, ähm, er ist böswillig, oder er hat sich einfach nicht ausreichend damit beschäftigt. Ich zähle mich auch dazu, ich habe damals auch gedacht, Krypto ist die Erfindung, und, ähm, das ist es, wie gesagt, nicht. Äh, Bitcoin ist alternativlos, scheitert Bitcoin, scheitert die Idee einer dezentralen, digitalen Währung und einem besseren Geld. Ähm, Bitcoin ist objektiv das beste Geld, das die Menschheit je gesehen hat. Ähm, das kann man so sagen. Es ist der beste Wertspeicher, den wir haben. Zusammen mit dem Lightning Network wird es zum besten Zahlungssystem. Ähm, klar, das haben viele Leute noch nicht erkannt. Viele Leute denken, Bitcoin wäre riskant. Das ist es nicht. Bitcoin ist, äh, die beste Art und Weise, sein Geld zu sparen. Bitcoin ist eine Spartechnologie, weil es deflationär funktioniert und niemand dieses System angreifen kann. Umso mehr Leute es verstehen, umso größer wird Bitcoin. Und es verstehen immer mehr Leute, wer es einfach verstanden hat, der wird nicht mehr von dieser, ähm, Kenntnis zurücktreten. Ähm, und wir haben keine Anlageberatung, aber, äh, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Bitcoin, ähm, ja, die einzige Möglichkeit ist, oder die einzige relevante Kryptowährung ist. Und, ähm, alle anderen Kryptowährungen sind halt eben nur eine Ablenkung und stören die Entwicklung und Verbreitung von Bitcoin. Hätten wir diese ganzen anderen Shitcoins nicht, ähm, dann wäre Bitcoin hier alleine. Dann wäre diese ganze Aufmerksamkeit auf Bitcoin gerichtet. Man kann auf Bitcoin alles machen, was andere Kryptowährungen auch können. Es gibt keinen Grund, warum wir eine andere Kryptowährung brauchen. Bitcoin hat die stabilste, äh, stabilste Blockchain. Bitcoin hat das größte Netzwerk. Bitcoin hat das größte, die größten, die größten Netzwerkeffekt. Bitcoin hat, äh, die besten Entwickler. Bitcoin ist, ähm, jeder kennt Bitcoin. Ach, äh, Binance-Coin kennt schon deutlich weniger Menschen, wenn du mal auf der Straße fragen würdest. Ähm, und wie gesagt, nur Bitcoin ist dezentral und es gibt diese ganzen anderen Kryptowährungen, die rauben einfach nur die Aufmerksamkeit. Es gibt so viele Leute, die jetzt irgendwie sich untereinander bekriegen, obwohl alles Schwachsinn ist, äh, wie gesagt. Es ist, diese Leute werden, denke ich, auch alle irgendwann, vorausgesetzt, sie beschäftigen sich weiterhin mit Bitcoin, werden auch zu der Erkenntnis kommen, dass nur Bitcoin relevant ist. Und das, äh, wie gesagt, es kann sein, meinetwegen, dass es irgendwie unter diesen Zehntausenden von Kryptowährungen eine oder vielleicht auch zwei Kryptowährungen geben oder Blockchains gibt, die, ähm, einen bestimmten, ganz, ganz speziellen Use-Case erfüllen, den Bitcoin nicht erfüllt. Und das mag sein, aber, ähm, ich kenne diese Kryptowährung nicht. Und wie gesagt, es würde ein extrem, ein extrem kleiner Nischenbereich sein, ja. Es wäre kein, es wäre nicht die weltverändernde Blockchain-Technologie, es wäre einfach nur eine kleine Nische, äh, die kaum einer nutzt. Wie gesagt, man kann mit Lightning, Taro-Protokoll, RGB, eigentlich alles auf Bitcoin machen, was man machen will, ja. Es gibt kein, generell schon der Gedanke dahinter ist schwachsinnig, warum sollte ich so viele Kryptowährungen haben? Geld tendiert immer zu einer einzigen, ähm, zu einem einzigen Geld. Niemand hat Lust, irgendwann in einer Welt zu leben, wo wir 15 verschiedene Kryptowährungen haben, die sich durchgesetzt haben, und dann musst du alle Wechselkurse gleichzeitig im Auge betrachten. Und, äh, das ist halt totaler Schwachsinn. Also, kein Mensch möchte das. Es ist halt total unübersichtlich. Und du kannst wieder alles mit Bitcoin machen. Es gibt keinen Grund, dass du irgendwelche, es sind einfach nur irgendwelche Sanifair-Gutscheine, irgendwelche, äh, was weiß ich was. Also, es gibt keinen Grund, warum diese ganzen Globchains überhaupt eine eigene Kryptowährung haben. Die könnten alle auch einfach Bitcoin nutzen. Aber diese ganzen Entwickler wollen sich selbst bereichern. So wie Vitalik Buterin und Joe Lubin. Und, ähm, ja, deswegen, ähm, muss ich auch sagen, finde ich das so verwerflich. Wenn, wenn Bitcoin scheitert, dann tragen diese ganzen anderen Kryptowährungen einen riesigen Teil dazu bei. Einfach nur, weil Leute gierig waren und sich daran bereichern wollten. Weil sie noch mehr Geld machen wollten. Weil sie einfach eine, diese Macht an sich reißen wollten. Ich möchte eine Welt, in der jeder Mensch, egal wo man lebt, egal, was das für ein Mensch ist, dass jeder Mensch gleichberechtigt ist, dass keiner Mensch irgendwo ausgeschlossen werden kann oder unter irgendwelchen Tyranneien leiden muss oder irgendwie in Kriegen sich beteiligen muss, was auch immer. Und dafür ist halt einfach ein dezentrales und damit inklusives Geld notwendig. Und diese Möglichkeit liefert nur, und ich betone, nur Bitcoin. Ja, und Bitcoin ist einfach das objektiv beste Geld der Menschheit. Ähm, und deswegen bin ich Bitcoiner und warne vor Krypto. Ja, ich, äh, wenn irgendwer sagt Krypto und nutzt das Wort Bitcoin im gleichen Kontext, dann korrigiert diese Person. Wie gesagt, ich bin kein Anlageberater, aber ich kann jeden nur vor Krypto warnen und, äh, gerade auch vor Ethereum. Ja, es ist keine Alternative zu Bitcoin. Es ist generell, hütet euch vor Ethereum. Also, tut mir leid, aber wenn ihr, wenn ich jetzt irgendwie hier, ich meine, ich bin kein Detektiv, ja, wenn ihr meint, dass ich jetzt irgendwo hier Fehlernamen getroffen habe, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann werde ich dieses Video nochmal neu machen, nochmal anpassen oder ganz löschen, wenn ihr komplett alles entkräftigen könnt. Aber ich sehe diese ganzen Beweise, diese ganzen Anhaltspunkte und ich finde einfach, ich finde es absolut verwerflich, dass von so vielen Leuten gesagt wird, dass Ethereum eine bessere Alternative zu Bitcoin ist. Wie gesagt, es ist keine Alternative. Ich zähle mich selber dazu. Ich habe das damals auch gesagt gehabt. Aber, ähm, ich liege damit falsch und ich möchte, dass so viele Leute verstehen, warum das, warum diese Meinung nicht nur falsch ist, sondern absolut gefährlich, ja. Wenn Ethereum sich durchsetzt, dann wird das einfach ein, unser jetziges Geldsystem, nur wahrscheinlich noch schlimmer, ja. Weil dann noch weniger Personen, die komplette Macht über dieses ganze System haben. Ja, dann, äh, ich möchte das nicht. Ich möchte eine Welt, in der wir Bitcoin haben als Währung. Ich möchte keine Welt, in der wir Ethereum als Währung haben. Und, äh, ja, deswegen mache ich diesen Kanal. Deswegen kläre ich Leute auf und, ähm, ja, stecke meine Zeit in diesen Kanal. Ähm, und, ähm, ja. Deswegen kann ich euch nur bitten, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann, äh, teilt das gerne mit euren Freunden. Teilt das an eure IFA-Freunde, an eure Altcoin-Freunde, auch an eure Bitcoin-Freunde. Ähm, ich möchte, dass dieses Wissen sich möglichst weit verbreitet. Wie gesagt, hier auch nochmal ein großer Shoutout an Trader University für diese gute Recherche-Arbeit. Und, ähm, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder gerne auch einen Daumen runter. Das hilft mir auch. Ähm, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und, ähm, ja. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann stellt die gerne in den Kommentaren. Oder wenn ihr Kritik zu Bitcoin habt, dann stellt die auch gerne in den Kommentaren. Dann gehe ich darauf in den nächsten Videos ein. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.